Das ist der Edelholz Mundblatter, kombiniert mit Mauspfeifen. Da kann man ihn verwenden, sowohl auf Reh als auch auf Huchs. Ich mache jetzt mal die Folgen vor, Fiepton, Sprengfiep, normales Angstgeschrei, Haifversuchtsgeschrei, da zittert mal etwas mit der Hand, Kitzangstruf, die Hasenklage. Und wenn man den Fuchs sieht, kann man das Mauspfeifchen einsetzen, deswegen universal. Die Kaninchenklage, den Entenlokruf, ein Klang so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung 40 Jahre lang habe ich alle Locker-Instrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden braucht. 60 Jahre Lockjagderfahrung in Ihrer Tasche Tiefer- Position 500 Jahre langères Ta started in der Juris- und Platinena Kurisitzte ensewege Los Angeles Du sol이라 Kurisitzte Das Ziel Ausgereifte Instrumente Die Cha in Viktimana